moin moin und willkommen zurück zu company of heroes so wir befinden uns immer noch in der normandie sind gerade frisch gelandet haben gesehen wie die fallschirmjäger uns den weg vereinfacht haben sonst wäre der widerstand an der küste wahrscheinlich noch größer gewesen und ich nehme mal an diesmal haben wir die fox company die aeroberne landungen wurden alle über ihre droppzonen, die uniten wurden separatiert, es war chaos es dauerte ein paar jungen drei jungen um ihre outfitte zu finden und einige, die nie gefunden wurden aber auch so, sie nahmen die amerikaner komplett über surprise und haben alle rote zu den bergen der nächste objektiv war die crossroad-town of carantan, die linkte omaha und utah bergen zu preventen die axis von driving a wedge between the allied beachheads die town of carantan muss be captured we will approach from the north and move into the center of town the church is our first objective once we take the church it'll serve as our field hq now we expect the sixth fallschirmjäger regiment to fanatically defend the town square when we secure the square karantan will be under our control noch eins mission spiel luiz Na, wartet ein Sniper auf uns. Wie viele MG 42 die haben? Komm, 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 da schaust du! Das war nicht schön. Oh, Sniper. Okay, die Kirche ist unser Objektiv. Wenn unsere Ente richtig ist, werden wir Crowd-MGs gefährdeten. Wir können ein bisschen schwerer Feuer kommen aus diesen Ort. Use Satchel Charges oder Weapons schwerer, um diese Gebäude zu fangen. Wir nutzen die Gebäude zu coveren und versuchen, die Deutschen zu flanken. Das geht mein Bestes. So, komm. Okay, Granaten bringen da weniger. So, da sind Leute drin, da. Okay, ich muss ein bisschen aufpassen mit meiner Munition. Das sind normale Volksgrenadiere, oder? Ja. So, in welcher Richtung zeigen die diese Richtung? Wir sollten also schön hier wirklich vom Süden kommen. So, hier bitte eine Granate. So, weg. So, weg. Okay. Etwas weiter weg. Die werden sich hinten schon... Ah, gehen jetzt natürlich raus. So, da will ich jetzt aber mal so eine kleine Bombe reinhaben und... Ja, das ging zumindest. So, geh da hin. Eigentlich kann das nicht gut sein, weil wir die Kirche überhalten wollen. Aber wir müssen die Leute da irgendwie rauskriegen. So, ihr nehmt euch mal... ...das Ding hier bitte. Uh, schön. Und einen MG können wir auch gebrauchen. So, weg mit euch, weg. So, weg mit euch. Boah, ja. Ich weiß... Oh, oh, oh. Okay, ihr versucht euch hier andere Seite ein bisschen ranzukommen. Vielleicht wird das noch was. Da ist ne Puck. Das könnte gefährlich werden. Oh, oh, oh. Nicht zu weit. Hier wieder rein. Okay, mein Maschinengewehr ist noch da. Oh, oh, oh. Enemy unit dead. Okay, hier können wir ein bisschen nach vorne. Ah, nee. Ich will das Ding hier. Enemy unit dead. Und, geht doch. Na komm, nehmt euch das hier. Panzerschreck. Ganz sofort gemacht, aber diese Pack möchte ich haben. Komm, 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 kommt. Das besser ausstellen. So, und stellt euch auch mal besser hin. Ich lass mir jetzt noch einen kleinen Moment. Oh, 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 da sind irgendwo Mortar, Mortars. Oh, die Pack kann ruhig ein bisschen angreifen. Wird gemacht. Glaubst du aber doch. Wir brauchen Leute. Das geht so nicht. Neun Einheiten sind hier wahrlich nicht die Welt. Sehr schön. Einen neuen Trupp. Wegmarke. Oh, das ist ein paar barracks established. Additional infantry support available. Oh, my coordinates. 30 Kal squad, hier. Elements of the 6th Falsham Yager Regiment has set up a strong point here at the center of Karentan. Our job is to clear them out of there and capture the town hall. The Germans will be expecting us, so count on the main road being defended and fortified. Might be worth probing their flanks for another way in. We need reinforcements before we make our push. Our supply is pretty limited now. We can improve it by securing the strategic points around the church. Good luck. Die werden wir uns auch nehmen, aber wir schon festgestellt haben, irgendwo sind hier, ist der Morderteam. We need supplies. Corroda capture and secure that strategic point. Wenn wir alles machen. Oh, selbst ein Morderteam. Die sind gar nicht mal so schlecht. Sniper ist teuer. Aber mit dem will ich dann doch mal ausprobieren. Die Seite ist gesichert, die Seite ist weitestgehend gesichert. Airborne, ready for duty. Airborne hier. Let's go wake. Jerry! Ihr geht mal bitte hier rein, denn ich möchte testen. Kann ich den Trupp hier ne, kann ich nicht verstärken. Der müsste dafür raus. Airborne Replacements are ready to drop. Counterattack! Wake up, people! Counterattack! Got hostels in the countdown based on their attack. Enemy unit down. Da ist der Tone. Help us, help you! On me, move up! Etwas vor Rücken, etwas vor Rücken, ich will die Pack nicht verlieren. Aber ich hab auch keine Engineers oder irgendwas, was die vielleicht schützen könnt. Was ist das hier eigentlich? Enemy unit down. So, super, super duper, find ich die hier. Help us! Target is done! All clear! Cease fire! Excellent work, men! Move it, squad! Airborne! Death from above! Lay down some mortar fire on that wire to clear the road! Get a satchel charge on that wire! This road needs to be clear! It's as good as ours. Sniper reporting for duty. The sniper is gonna need good sightlines. Get him into the church or any tall building. Airborne moving in on munitions sector. Ready. Ja, da bring ich him vielleicht auch noch rein. Death from above! Move your ass! Harder head, moving in here. Ah, noch eine Airborne. Wo ist hier dieses Mortar-Team? Oh, da ist ein Sniper. Ah, Mortar? Eaglen, move on down! Enemy Unit down! Let's get in there! Target in history! Man, that position! So, versucht man da rein zu gehen. Und wir da rein. Ja. Schon. Ich packe da jetzt noch keinen Observatorium-Punkt rein. Das bringt, glaube ich, da noch nichts. Ja, nee, nicht von dieser Seite. Ah, ah. Weg mit euch. Ha! Getrieet! Getrieet, geht da einfach weg, bitte. Ah, da ist er. So, was haben wir denn hier? Die selbe Free Fire. Okay, das machen wir doch mal hier. Geht ein bisschen näher zu denen, um die zu verteidigen. Ah, Smoke. Okay. Gut, gut. Und wir gehen jetzt mal hier ein bisschen lang. Sniper. Ah, tatsächlich ein Sniper. Okay, den bombe ich da raus. Da ist noch ruhig. Okay. So. So. Unsere Packen kümmern sich da hinten so ein bisschen drum. So. Und du bombst mal den Sniper da weg. Finde ich super, wenn du das machst. Hm, etwas weiter vorne hätte ich euch doch schon gerne. Wir sind unter Feuer von Kraut-Trupp. Geht uns, was wir tun, um zu tun. Das war der finalen Sniper. So. Daraus könnt ihr dann wahrscheinlich auch angreifen. Oh, das kann ich nicht reparieren oder so. Also dieser Pack ist ja komplett. Sind frei, fast. Was? Mag ja gut sein gegen Fahrzeuge. Gegen Einheiten. Müll. Okay, der Sniper ist draußen. Ich lasse mein Morderteam aber noch hier um die Erke. Hier. Airborne, stand bei. Komm, wir gehen. So. Denn der Sniper könnte da natürlich wieder reingehen. Ich hatte hier doch noch einen. Da. Ja, Seite. Der Sniper ist außerhalb. Leute! Gehen wir, Airborne! Huah! Ja, Herr. Airborne! Ich hoffe, Jerry nicht minden, uns zu fallen. Okay. Den holen wir uns jetzt sofort. Ups. Ahaha. Wo will ich euch haben? Was sind meine Koordinaten? Ich glaube, ich bleibe in dieser Richtung. Da warte ich, wenn dann die meisten Fahrzeuge. Schauen wir uns noch so ein bisschen weiter um. Hier gibt's Brücken. Da ich mich, glaube ich, entsinne, minimal. Ich habe Company of Furious niemals durchgespielt. Aber hier muss verteidigt werden. Und Gott, war das... ...nuller Arbeit. Ich werde vorher schon mal probieren, ein bisschen zu sichern. Airborne! Ich hoffe, Jerry nicht minden, uns zu fallen. Minimal können wir ja schon was. Airborne Squad, bereit zu gehen! Airborne! Ich hoffe, Jerry nicht minden, uns zu fallen. Airborne reporten, Ammo Depot ist ours! Airborne! Und packen wir jetzt auch mal... ...dieses Ding dran. Bleiben los! Wir sind raus! Lass uns einen Bewegung an! Up two! Wir sind raus! Lass uns einen Backen in! Einfach nur... Okay. Ich glaube, hier können wir problemlos mal... ...ein Palminen packen. Ja, wir haben es! Gut genug für die Armee Arbeit. Airborne! Ich hoffe, Jerry nicht minden, uns zu fallen. Stand bei, Airborne Squad! So. Okay. Was ich jetzt aber kennen hätte. Habe ich gar nicht mehr meinen Sniper? Nein. Mein Sniper wurde weg... ...weggehauen. Schade, dass hier kein... ...funktionsfähiges Gebäude ist, wo man... ...das wäre nämlich super. Reaktionung complete! 30 Kau Squad, hier! Airborne! Okay. Move your ass! Airborne! We're out of here! Ich hoffe, Jerry nicht minden, uns zu fallen. Ja, wir haben es. Airborne, bereit für Aktion! Let's move! 2 2 2 3